Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg 3. Liga 2022-2023 10. Spieltag SV Elversberg gegen SC Ferrel Ergebnis 1 zu 2 Startelf SV Elversberg Christoph Flauerch Moke Konrad Neubauerch Jakobsen Brügelots Pfeil Rechelt Schnellbecher Wollten Schindler Wollten machte Startelf SC Ferrel Tile Titee Knost Par... Par... Teve Waik Strevigen Spanina Kochobachs Park Kochowiski Otto Wolfram Das war's Von... SV Elversberg gegen SC Ferrel 13 13 UR 27 20 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 21 21 21 21 22 22 22 22